Hallöschön, da sind wir wieder beim Spiel von Bioware, dem Mass Effect 1, bei dem es so langsam sich in Richtung Finale bewegt, habe ich so das Gefühl. Und bei dem Sting Shepard natürlich immer wieder gefragt ist. Wir haben vorhin, beziehungsweise heute Nacht so gegen zwei Jahre aufgehört zu zocken oder so, ne? Und jetzt bin ich dabei, weil ich kann's irgendwie, ne? Ich will jetzt das Ende haben. Ich will wissen, was nur ist. Das war grad, äh, grad sei schon, vorhin, vor dem Schlafen, so episch, dass wir, dass ich da, dass ich da, dass ich da unbedingt weiterspielen muss. So, fortsetzen. Und natürlich, altes Problem, Musik ist wieder zu laut. Meine Güte. Bisschen korrigiert nach unten und dann sollte das funktionieren. So, wir waren richtig in der Citadelle und haben uns hier zum Schluss über diese schönen, ähm, Sektoren gefreut, die dann doch noch befahren sind, obwohl eigentlich alle Leute hier, also ich nehme an, das sollen Straßen darstellen. Straßen mit Autos und, oder Fahrzeugen, Flugzeugen, ähm, naja. Und eigentlich sollten sie alle weg gehen. So, da hinten ist, äh, das Spinnenschifflein und ich bin mal gespannt, wir kriegen hier mit Sicherheit gleich Besuch. Das ist so geil. Oh, sag ich doch. Äh, äh. Kann ich mich hier irgendwo? Nee. Erstmal den. Und dann... Einigkeit, Warp, Heben, Adrenalinschübchen, Barriere. So, alle tot hinter mir? Nee, alle leben noch. Sehr schön. Und wir kämpfen uns mal hier den Weg nach vorn. So, tschüssi. Schütze. Tschüssi. Schütze. Schütze. War ein Volltreffer. Stufenaufstieg. Ach, ja, stimmt, wir hatten ja... Aber im letzten Mal habe ich gesehen, Leute, als ich die Aufnahmen gerendet habe. Ich habe hier über Nacht gleich rennen lassen. Öp, da ist noch irgendwo wer. Schießt ihr denn hin? Ihr habt da einen Knall. Da ist doch nichts. Doch, da muss noch irgendwas sein. Da haben sie... Geht, Frontkämpfer. Ich bin hier halt Frontschwein. Zack. Haust da rein, Brian. So, ähm, Stufenaufstieg. Alter, genau. Acht Points. Da haben wir auch nicht... Wart, wie, nochmal. Wir haben 491.000 Kröten. What the fuck? Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, 8 Punkte, da können wir ja richtig viel, da können wir was mit anfangen. So, Warp, wir können dann mal hier erweiterter Warp, finde ich gut und wichtig. Ne? Da können wir mal ein Damage machen. Spektra-Training. Verbessert die Gesundheit. Verbessert die Gesundheit. Wie, wir sind das 1, 2, 3, 4, Maximum. Einigkeit. Ach, löst... Achso, ja. Schmeicheln. Schaltet Dialogoptionen frei. Na gut. Frontkämpfer. Erhöht Schaden mit Pistolen und Schrotflinden. Bin ich dabei. Barriere. So. Barriere ist auch immer gut. Da sind wir schon ganz gut geskillt, finde ich. Finde ich. Naja. So. Jetzt wollte ich mal gucken, da wo die jetzt rausgestürmt kamen, kann ich da eventuell rein? Das sahen wir nämlich sehr danach aus. Hier zum Beispiel. Na gut. Okay. Würfen können wir ja nicht. Gut. Linearer Spielverlauf. Stinky. Linearer Spielverlauf. Okay. Lassen wir uns nicht von abbringen. Beziehungsweise spüren. Ein bisschen was geht immer. Da habe ich doch mal gesehen. Da habe ich doch mal gesehen. Jetzt frage ich mich, warum. Warum zum Henker? Latsch der sogar mal. Geht verwüstern. Du kannst mal kacken gehen, ja. Aber du wirst dir nichts verwüsten. Wisst du? Kroganer Warlord. Füße. Füße. Oh mein Gott. Get calmed. Stink Shepard. Blond. Warp. Schick. Zack. Ist doch kein Problem für das Ding Shepard hier. War vielleicht früher mal das Problem? Aber jetzt... Oh fuck. Der hat mich surprised. Du 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 du. Alter. Leckgummi. Tschüss geht's geht's Schütze. Tschüss geht's Schütze. Los geht's ja. Easy peasy hier. Wir hatten normal, ne? Normale Schwierigkeit. Wo seid ihr bei der? Könnt ihr mal folgen hier. Naja, mal was. Aufschließen bitte. Kommen sie? Ja, ja, sie kommen. Super. Laden. Achso. Fehlgeschlagen. Man kann ihn nicht schnell speichern. Finde ich blöd. Finde ich blöd. Alter. Sehr gut. Der da oben. Ist auch Geschichte. Ist hier auf der Seite. Sieht gut aus. Sind wir hier richtig? Ich denke mal schon, ne? Wir bewegen uns Richtung Soweran. Ah, komm schon. Zeig dich. Ach, nicht du. Nee, 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 nee. Das hier, ne? Tschüss. Huch. Wo kommen die denn immer her, verdammte Axt? Endlospawn oder was? Kann man hier speichern? Yeah. Zack. Du, da kenne ich gar nichts hier. Wenn drei Leute auf den Verwüste raufballern, ist ja null Komma nix weg. Was bist du? Schickst nach, schickst nach Schoopa. Jetzt zieht der Delfer-Teilungs-Turm. Komm. Oh. Oof. Oh. Schubsen. Shit. Muss ich hier durchrennen? Das geht gar nicht, was ich hier versuche. Alter. So, der ist weg. Das Ding scheppert auch gleich. Oh, fuck it, ey. Sieht nicht gut aus hier. Der da hinten ist schon wieder da. Hä? Ich glaube, ich muss hier irgendwo hinrennen. Aber wo? Keine Ahnung. Ich laufe einfach mal ran. Ey. Tschüss. Aha. Aha. Okay. Spiegelschaden. Hier ist irgendwo noch einer. Danke. Oh, fuck. Ähm, ähm, ähm. Das machen wir mal. Und hier mal. Komm, geh. Okay. Na gut. Hm. Ich hab da vorne irgendwas aktiviert. Irgendein Zitatel-Turm. Aber ich komm hier nirgends wo rein, ne? Oder? Nein. Ist alles bloß so ne komischen... ...Vertiefungen. Ich geh einfach mal hier lang. Legen die Ara-Spielverlauf. Hm. Puh! Mhm. Oh, voll weggebatzt. Kroganer Kriege. Geht verwüster. Kannst mich verwüsten, wie du willst. Du stirbst sowieso. Hm. Ist ja klar. Achso. Ich sag, was ist denn hier passiert? Aber ne, der hat ja auch diese... ...Dingsfähigkeiten. So, Garros. Kannst du da mal? Kannst du da mal? Kann er nicht. Hm. Kann er nicht. Meiner Güte, ihr Jungens und Mädels. Hier geht's ab. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter. This was... ...Shitty. Jetzt bin ich gleich weg. Ich hab. Dann hab ich mal. Ich hab... ...�gezieht. Ja.